Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute noch mal hier im Selke-Tal unterwegs. Erstmal will ich hier so hoch auf die Burgruine Anhalt. Die wollen wir uns mal noch kurz anschauen und dann gehen wir oberhalb so ein bisschen rum und dann gehen wir unten im Selke-Tal wieder zurück. Wenn du wieder Lust hast dabei zu bleiben, dann bleib einfach dran und viel Spaß mit diesem Video. Hier steht ja schon angeschrieben die Burgruine Anhalt. Aber da steht acht Kilometer dran. Ja, das waren wir jetzt nicht so weit in Erinnerung. Aber am nächsten Schild steht ja schon 1,8 Kilometer dran. Ja, das ist schon annehmbar. Da gab es jetzt auch noch ein anderes Schild. Und zwar hier unten steht dann 2,6 Kilometer zu dieser Burgruine hoch. Und da stand ein bequemer Weg. Und hier wird es wahrscheinlich der unbequeme Weg sein. Also gehen wir mal den unbequemen Weg. Was steht hier dran? Albrechtsweg. 0,7 Kilometer bis zur Burg hoch. Ich muss da echt beknackt sein. So früh am Morgen gleich so einen steilen Weg hier hoch zu laufen. Aber ich bin ja gleich oben. Man sieht ja schon das Ende. Das Wetter heute, es kommt einem auch nicht gerade so gesund vor. Weil irgendwie alles schweinewarm. Also die haben morgens sogar bis zu 20 Grad angesagt. Hallo, wir haben Dezember, bald Januar. Ja, also gute Aussichten. Demzufolge ist natürlich auch der Sturm ein bisschen schlimmer als sonst. So 55 bis 60 kmh haben sie schon angesagt. Zumindest die Stempelstelle habe ich schon mal erreicht. Burgruine Anhalt. Stempelstelle 197. Ja, da haben sie jetzt noch das passende Schild dazu, zu dieser Burgruine. Ja, etwa 500 Meter in Richtung Harzgerothe befand sich das ehemalige Dorf Anhalt. Nachdem die Burg im 14. Jahrhundert nicht mehr genutzt wurde, verlor die Siedlung auch ihre Bedeutung und wurde von ihren Bewohnern aufgegeben. Die Kirche blieb als letztes Bauwerk des Dorfes erhalten. Ihre Glocken wurden erst im Jahr 1440 entfernt und nach Harzgerothe gebracht. Die Steine der Kirche wurden nach und nach zur Weiterverwendung abgetragen, sodass heute nur noch die Grundmauern erhalten sind. Und diese wurden bei Ausgrabungen zwischen 1902 und 1907 freigelegt. Aber was ich noch vermisst habe, wann die Burg überhaupt entstanden ist, aber ich nehme mal an, 1212 bis 2012 ist hier oben das Schild. Also wahrscheinlich 800 Jahre Anhaltburg. Hier auf dem Schild jetzt steht drauf, dass ich hier jetzt durchs Tor 1 gehe. Also hier so schönes Tor. Und da gehe ich jetzt durch. Laut dem Modell ist das hier richtig mit Zugbrücke gewesen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das hier ein Tor war. Ja, denn hier davor ist nämlich noch der Burggraben. Also da war das bestimmt die Brücke, die sie hier runtergelassen haben. Und dann ist man durch das Tor gegangen. Ja, und dann gab es noch das Tor 2. Ja, da gehen wir jetzt durch das Tor 2. Nur gut, dass ich hier nicht mit Mauern eingezwängt bin. Sonst könnte ich jetzt nicht diese schöne Aussicht hier am Weg genießen. Ja, und schon sind wir hier am Tor 3. Ja, da geht es jetzt gleich ins Hauptgebeuge rein. Also in das obere Teil von dieser Burg. So, dann muss ich erst mal den Burggraben hier überwinden. Und dann geht es hier gleich in die Burg hinein. Denn hier nach der Brücke kann man noch so ein bisschen die Grundmauern sehen. Ja, also gehen wir erst mal hier den Weg weiter. Dann willkommen im Palast. Ich stehe jetzt hier vor dem Palast. Also denkt euch das mal, so ein schöner, schönes Gebäude, Palast. Hier könnte man ja fast denken, das ist so ein Stückchen Kellergewölbe, was hier noch übrig ist. Weil da drüber steht einfach nichts mehr. Ja, und dann ist hier vor mir die Kapelle und Rambergblick. Also wirklich eine schöne Kapelle war das. Man sieht bloß nichts mehr. Das war ja mal einfach. Das ist nämlich der Bergfried. Schöner, rund der Turm. Zwar nur noch unten in den Grundmauern. Aber man kann das, denke ich mal, erkennen, dass das hier mal der Bergfried war. Und man glaubt es gar nicht. Man kann auch noch ein bisschen ins Innere des Bergfrieds schauen. Denn hier ist nämlich noch so ein kleiner Eingang. Der ist zwar mit dem Gitter versperrt, aber reinschauen ist möglich. So kenne ich eigentlich den Harz immer stürmisch, wenn man hier unterwegs ist. Stürmisch, stürmisch, stürmisch. So richtiges, raues Klima. Hier jetzt auch noch ein paar Grundmauern. Und ansonsten mache ich noch mal einen kleinen Schwenk über den großen Platz. Ja, man versteht sein Eingang so auch nicht mehr. Es ist wirklich ein Schweinesturm. Und dann haben wir hier noch die Bastille. Vorburg und Wirtschaftshof. Manchmal hat das dann auch Vorteile, dass da keine Mauern mehr da oben waren. Da konnte man gleich den steilen Weg, den Berg runterlaufen. Und somit war ich schon wieder am Tor 1. So, wer jetzt den bequemen Weg hoch geht, der wäre jetzt hier rausgekommen. Ich gehe jetzt in diese Richtung weiter. Ja, und da gucken wir mal, was wir noch so schönes auf unserem Weg sehen. Das mit dem Video ist heute wirklich eine starke Herausforderung. Mir fällt laufend die Kamera um, weil sie einfach den Wind nicht standhält. Ja, hätte ich vielleicht ein anderes Stativ nehmen sollen, aber will ja auch nicht so was schweres mitschleppen. Ja, also da habe ich heute wirklich meine Probleme. Deswegen geht das irgendwie fast gar nicht anders. Denn ich habe auch das Problem, dass ich die Kamera gar nicht so richtig in der Hand halten kann. Denn es ist noch gar nicht so richtig helle. Da werden die Bilder auch nicht gerade so besonders. Und andererseits kann ich sie fast gar nicht hinstellen, weil sie mir jedes Mal umkippt. Na gut, dass es nur eine GoPro ist und keine andere Kamera. Die GoPro hält schon eine ganze Menge ab, wenn sie mal umkippt. Da kann kaum was passieren. Und selbst wenn noch vorne die Linse eben abkriegt, die kann man wechseln. Bei solchem Wetter müsste man eigentlich eine andere Kamera nehmen. So wie meine Sony mit dem 1 Zoll Sensor. Aber da ist auch das Licht besser. Aber da hast du wirklich das Problem, dass die mir jedes Mal umfällt. Und einmal ist sie ja schon so ungünstig gefallen, dass sie vorne aufs Objektiv gefallen ist. Und da ist nämlich auch schon eine Delle drin. Also da muss ich echt aufpassen. Die kann ich wirklich bloß noch bei besonderen Anlässen nehmen. Und deswegen versuche ich es ja auch schon mit den Action Camps hier gut auszukommen, dass es einigermaßen geht. Du hast echt keine Chance. Jedes Mal kippt die scheiß Kamera um. Da musst du echt diese windböenfreien Situationen ausnutzen, dass du mal so eine kleine Stativaufnahme machen kannst. Und des Weiteren bin ich nur ständig am Linse putzen. Ja, es regnet so ein bisschen. Ich hoffe nicht, es wäre dolle. Nicht, dass es noch so richtig anfängt. Weil du kannst dir auch nicht immer einen Schirm aufspannen bei diesem Kackwetter. Den zerrubst du doch gleich. Jetzt bin ich hier so mitten auf dem Berg hier oben. Hier pfeift der Wind wie es böse. Hier leben sogar noch irgendwelche so richtig abgeschieden. Eigentlich möchtest du hier gar nicht leben. Auch vielleicht könnte man sich sowas überlegen. Ja, wie soll es denn anders sein? Da stand jetzt dran, dass hier der Förster wohnt. Ja, wer denn sonst, der hier so einsam lebt in so einer Wildnis? Der Weg ist jetzt zwar ein bisschen trist und einfach, besonders breit. Ja, das wird sich erst einmal nicht mehr ändern. Muss ich halt akzeptieren. So ein bisschen hat dieser Himmel eigentlich heute was. Er ist halt so ein richtiger Sturmhimmel. Aber ist das schön, wenn da so ein bisschen wieder die Sonne rauskommt. Da geht es eigentlich. Aber der Wind, der macht ihn heute wirklich total alle. Also das Problem ist eigentlich bloß, dass man jedes Mal die Kamera umkippt. Aber was soll's. Ich genieße jedenfalls diesen Weg. Auch wenn er so einfach ist. Aber einfach lässt sich auch leicht laufen. So, jetzt komme ich an Forsthaus Rauholz vorbei. So richtig bewohnt sieht das hier nicht aus. Aber so lahm es auf dem Dach. So, jetzt führt mich mein Weg hier an dieser Windschutzwand vorbei. Ist richtig angenehm, dass es mal nicht so weht. Jetzt noch mal ein Blick in diese freie Prairie von diesem baumlosen Wald. Ja, das ist dann der Wald von morgen, der jetzt hier entsteht. Ja, da habe ich doch mal so eine kleine schöne Schutzhütte gefunden. Ja, da werde ich mal so eine kleine Tee-Pause machen. Ja, an solchen Tagen liebe ich dann wieder diese Schutzhütten. Die können ja jetzt so richtig einen Schutz vor diesem Wind geben. Und da ist das jetzt richtig angenehm. Also kann man jetzt erst mal richtig schöne Pause machen. Und ich lasse mir erst mal schmecken. Mein Tee ist nämlich noch heiß. Scheiße, der war zu heiß. So, ich habe dann diese Pause beendet. Ja, das war so richtig schön in der Hütte. Richtig schön einsam. Kein Handy empfangen. Ja, da kommt man nicht auf falsche Gedanken. Ja, der Weg hat sich auch noch nicht geändert. Der ist immer noch so breit, wie er die ganze Zeit schon war. Ja, ich komme jetzt gleich irgendwo an die Kreuzung und da muss ich dann irgendwo abbieben. Und da werden wir mal sehen, ob der Weg ein wenig anders wird, als wir jetzt sind. Hier so am Wegesrand, das Gebild, das sieht auch eigenartig aus. Als ob sie es stehen lassen wollen, weil da sind auch Eisenträger verschraubt in der Erde, damit es nicht umfällt. Ist schon interessant. Das war bestimmt mal irgendein Haus oder irgend sowas in der Art. Ein bisschen sieht es aus wie so das hölzerne Stone Edge. So, jetzt bin ich an der Kreuzung angekommen, wo ich abbiegen muss. Und zwar steht jetzt hier dran, alter Falkenstein, zwei Kilometer. Und genau da wollen wir nämlich noch hin. So, jetzt bin ich hier an dieser Kreuzung, wo es jetzt erstmal eine Sackgasse in die eine Richtung geht. Da geht es dann nochmal wieder zurück und nachher muss ich den Weg hier runter gehen. Das ist jetzt noch diese Köhlerhütte am Hirschstein. Erbaut um 1871 und neu errichtet um 2010. Ja, und ansonsten sieht das schon ein bisschen baufällig aus. Denn hier haben sie nämlich alles abgesperrt und auch da rein kann man gar nicht mehr. Das haben sie auch schon zugelattet. Also alles nicht mehr ganz so koscher hier. Hoffentlich lohnt sich das jetzt zu diesem Falkenstein zu laufen. Ich sage mal, der Weg ist jetzt hier so ein bisschen eintönig. Also so wahnsinnige Freude kommt dabei nicht auf. Außer, dass es hier immer so sehr windet. Das windet heute schon den ganzen Tag und ich bin jetzt gerade hier in so einer freien Stelle. Ach, das geht mir langsam auf den Kack. So, jetzt habe ich hier nochmal ein Schild. Alter Falkenstein, 600 Meter. Ja, und dann fängt hier auch das Naturschutzgebiet an. Ja, Naturschutzgebiet, alles gut und schön. Aber wer jetzt denkt, man könnte ja vielleicht da am Falkenstein mal die Drohne starten. Ja, das fällt dann auch schon wieder flach. Und an der Anhalt war es auch verboten, war auch ein Naturschutzgebiet. Und so streckt sich das überall fort. Da fragst du dich auch wirklich, wozu hast du eigentlich eine Drohne? Die kannst du wirklich nur auf einem großen Feld starten, wo du nichts siehst. Also eigentlich sind die Dinger total sinnlos und zwecklos. Also der Gesetzgeber hat da eigentlich alle Mittel geschaffen, dass du das Ding nirgendwo fliegen lassen kannst, wo er mal ein geiler Spot ist. Hier ist dann nochmal das Schild dazu. Botendenkmal alter Falkenstein. Ja, der alte Falkenstein, das steht hier dran, dass das mal wirklich von den Konradsburgern genutzt worden ist. Und da war hier so eine Abtei errichtet worden. Aber das hat jetzt nichts mit diesem Falkenstein oder mit dieser Burg Falkenstein zu tun, weil das war dann noch ein bisschen später. Das hier war so um 11.15 bis 11.42. Und die Burg Falkenstein, die aber jetzt hier nicht ist, die ist nämlich noch ein Stückchen weiter, die wurde dann erst in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut. Ja, jetzt habe ich die ersten Leute getroffen für heute. Ja, die haben mich aber so böse angeguckt. Ich glaube, die konnten mich nicht leiden. Ich weiß zwar nicht, was hier alles dazugehört. Zumindest ist das ja erst einmal ein Berg und hier unten geht erst einmal einen Weg lang. Und der muss ja dann irgendwo enden. So, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Da wird er jetzt hier an den Hangs steilen Weg hochgehen. Oder ich probiere es erst einmal hier um die Ecke, ob es da weitergeht. Also hier um die Ecke, das sieht auch bloß wie ein Graben aus. Da habe ich wahrscheinlich hier hoch müssen, um was zu sehen. Hier sind auch bloß überall noch so steile Wände. Kommt man auch schlecht hoch. Aber dafür kann ich erst einmal hier hinten diesen Blick ins Selketal runter genießen. Das ist nämlich erst einmal eine sehr gute Aussicht. Ich bin dann mal hier diesen schwer erklimmbaren Weg hochgeklimmt. Ja, und da bin ich jetzt hier fast oben. Da oben ist ein kleines Bändchen. Der Ausblick von hier oben ist noch ein bisschen besser. Kann man noch ein bisschen mehr sehen. Ja, also ein schöner Überblick. Wenn ich mir überlege, da muss ich nachher noch da runter. Weil da geht nämlich nachher wirklich mal einen Weg lang. Hier an diesem Schild steht ja noch mal alter Falkenstein dran. Um 970 bis 1115. Also noch eher, wie ich gedacht hatte. Ja, da ist hier auch noch so ein kleines Kreuz. Und da steht drauf, hier verunglückte am 11.07.2003, der Heimatforscher und Botendenkmalpfleger Hans Reismann. Ja, irgendwie muss ich jetzt auch wieder hier runterkommen. Also das war schon beschissen, hier hochzukommen. Jetzt gehe ich mal den anderen Weg runter, der da vorhin da vorne war. Hoffentlich geht ja einigermaßen. Weil bei diesem scheiß Wind ist das auch ziemlich waghalsig. Denn das ist hier bloß so ein Trampelfahrt hier am Bergesrand. Da muss man echt aufpassen. So, ich bin jetzt hier wieder runtergekommen. Da fragst du dich manchmal, wie die früher da hochgekommen sind. Aber ich denke mal, hier in diesen Graben, da ging bestimmt mal irgendeine Zugbrücke oder so was ähnliches rüber. Sonst wäre das noch gar nicht möglich gewesen. So, jetzt befinde ich mich wieder auf dem Rückweg. Ja, jetzt muss ich den Weg wieder zurückgehen, bis an die besagte Kreuzung, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ach so, mit den Drohnenfliegen, das kann ja gar nicht so schlimm sein. Eigentlich müsste man es ja trotzdem machen. Weil wir sind gerade drei Quats hier entgegengekommen und sind auch bloß dahinter gefahren. Das macht natürlich viel mehr Krach, als so eine mistige Drohne. Tja, ich bin jetzt schon an dieser besagten Kreuzung vorbei. Jetzt geht es hier um den Berg rum. Ja, ziemlich steiner unten. Ich denke mal, dass ich gleich unten bin. Das läuft sich wirklich sehr gut. Aber wenn ich dann da unten angekommen bin, da steht noch auf meiner Karte, da gibt es noch eine Schutzhütte. Vielleicht können wir hier noch eine kleine Tee-Pause machen, damit ich den Tag heute noch ausklingen lassen kann. So, jetzt bin ich hier unten im Selke-Tal angekommen. Das ist die Selke, hat reichlich Wasser. Ja, und hier ist dann noch so ein kleiner, schöner Ort. Da ist sogar noch eine Hütte. Die werden wir jetzt gleich nochmal nutzen, wenn sie leer ist. So, ich habe nochmal in der Frischensluft Platz genommen. Die Hütte war mir so dreckig. Ah, herrlich. Ja, jetzt habe ich noch den Weg hier unten noch so ein bisschen im Selke-Tal lang. Ja, das sind jetzt noch so drei Kilometer. Ja, das wäre aber bloß ein einfacher Weg sein, den ich jetzt hier noch laufen muss. Ja, hier ist dann nochmal so eine kleine Stempelstelle. 203 Schutzhütte am Mettenberg. So, da gehen wir es an, die letzten drei Kilometer. Ja, das Selke-Tal hier unten lang zu laufen, ist wirklich so ein schöner Spaziergang, kann man sagen. Schön eben alles. Also hier werden wahrscheinlich auch keine Berge kommen. Ja, den Weg, den kann man ja noch ein Stückchen weiter gehen. Ich bin ja da mit dem Auto reingefahren bis zur Selke-Mühle. Das ist ja normale Straße, da kann man mit dem Auto normal fahren. Und dann an der Selke-Mühle kann man parken. Ja, und da kann man dann hier im Selke-Tal eigentlich eine schöne Runde drehen. Das Ganze ist auch alles ein bisschen flussnah. Also man kann den Fluss hier immer so beobachten. Und was noch so wunderbar ist hier, hier gibt es absolut kein Handyempfang. Also hier bist du total verloren, wenn dir was passiert. So, jetzt geht es hier nochmal über die Brücke. Und da wechsel ich nochmal die Flussseite. Ja, nicht schlecht dieser Fluss. Hier gibt es natürlich auch ab und zu mal so ein paar Zuflüsse, die dann in den Fluss hineinfließen. Ja, und somit komme ich jetzt zum Ende meiner Tour. Wie war diese Tour? Ja, also das erste Mal diese Burkruine Anhalt war ja gar nicht so schlecht. Das konnte man sich wirklich anschauen. Dank der vielen Schilder hat man auch ein bisschen was erfahren. Sonst hätte man nämlich nicht mehr viel gesehen. Also das war, fand ich echt gut. Dann bin ich ein bisschen den Weg dann weitergelaufen. Das war mir schon klar, dass es alles hier so relativ breite Wege waren. Aber ich wollte so ein paar Kilometer machen heute. Und da war das genau das Richtige. Denn ich habe so 17 Kilometer geplant gehabt. Ja, und hier bin ich auch so ziemlich jetzt gelaufen. Also dadurch läufst du halt auch zügiger. Und deswegen war das dann auch in dem Fall auch gar nicht so schlecht. Ja, dann lag nachher noch dieser alte Falkenstein auf dem Weg. Das hat zwar nichts mit dieser Burg Falkenstein zu tun, nur indirekt. Ja, da war mal früher so eine Abtei. Also das sich mal anzugucken, das war nicht schlecht. Von ganz oben hat er mal auch eine gute Aussicht runter ins Selketal. Also ich fand es echt nicht schlecht. Nur ein bisschen abenteuerlich war der Weg da hoch. Also das würde ich echt nicht jedem empfehlen, da hoch zu laufen. Ja, und dann bin ich wie gesagt hier wieder runter ins Selketal. Unten habe ich nochmal eine kleine Pause gemacht. Das war nochmal ein schöner Ort, wo man verweilen konnte. Und jetzt laufe ich noch ein bisschen hier durch das Selketal zurück. Ja, und bin jetzt gleich da. So, und damit sage ich dann auch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiße. Natürlich ist... Du kannst einfach nicht reden. Das wird heute sinnloses Filmmaterial. Und wenn ich mir... Und wenn ich mir... Und wenn ich mir... da bin ich mir... Und wenn ich mir auf Greetings geheidee. Ich versuche mich gerade auf dem Schub, Ich lade mich da relativ schnell früh,